Zander mit Radicchio Aronia Risotto steht heute bei Richard Rauch auf dem Menüplan. Rotwein, Portwein, Zwiebel und Thymian aufkochen und die Flüssigkeit langsam auf die Hälfte einkochen lassen. Durch einen Sieb passieren und warm halten. Radicchio schneiden und in warmes Wasser einlegen. Das entzieht die Bitterstoffe. Die Filets vom Zander lösen, zuputzen und mit einem V-Schnitt von den Gräten befreien. An der Hautseite einschneiden und diese Einschnitte mit Sardellenfiletstücken füllen. Anschließend salzen, pfeffern und in Olivenöl sowie Butter beidseitig goldbraun braten. Für das Risotto die Schalotten und den Knoblauch in Butter anschwitzen. Den Reis zugeben, weiter anschwitzen ohne Farbe zu nehmen und mit etwas Rotwein-Reduktion ablöschen. Dann nach und nach mit der warmen Reduktion angießen, sodass der Reis immer bedeckt ist und leicht köchelt. Später mit heißem Fischfond immer wieder aufgießen. Dabei ständig rühren. Nach 10 bis 15 Minuten sollte der Reis bissfest, also al dente sein. Abschließend etwas Radicchio-Untermengen. Aronia-Beeren, auch Apfelbeeren genannt, Untermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und mit kalter Butter montieren. Das Risotto anrichten. Den Zander darauf setzen. Und mit etwas mariniertem Radicchio garnieren. Mahlzeit und guten Appetit!